Hab mich gar nicht mehr so weit verfolgt Wow! Willkommen zurück zu My Friendly Neighborhood Oder wie ich das Spiel kennenlernen, zu meiner freundlichen Nachbarschaft Wie ihr seht, bin ich wieder mehr oder weniger am Anfang zurückgegangen Denn, naja, wir haben eine Blue Keycard Also die einzige Tür, die funktionieren könnte, ist eine blaue Tür Ja, das sind zwei blaue Punkte Ich hatte aber auch zwei Schlüssel aus irgendeinem Grund Nee, man kann einfach so rein Ja, und damit willkommen zurück Ich hoffe euch hat die erste Folge gefallen, ich hab sie noch nicht hochgeladen Ich hab sie wieder draußen Nee, wir sind woanders Das ist immer noch drin Sieht man daran, dass oben kein Himmel ist Hab ich auch nicht gern erklärt Okay Kann ich da rein? Nö, das ist keine richtige Tür Ich hab mich doch vorhin gefesselt Oder gibt's euch alle mehrmals Scheinbar Hi Verschlossen Hey, aufmachen! Funktioniert nicht Schade Hi Muss ich die bekämpfen? Ich will sie nicht bekämpfen Wenn's geht Open Ah, nett Hi Oh Wir können klauen Na Ah, boah, da ist mal eine viereckige Schlüssel Einen viereckigen Schlüssel, yo Oh Sonst Oh, oh Also, was würd ich Nächsten Fisch Äh, Deckel lässt sich nicht anheben Aber Was? Er sieht aus, dass sie sich öfter Aber der Deckel lässt sich nicht anheben das ist offen ich sag das schwebt mehr luft hier ist gar nichts was hinter den gemälden was meinst du hier mit dem tag hier magazin okay ich habe bis zum moni bekommen so weit ist er denn hier was zugenagelt so sieht ihr mich was mache ich jetzt was das denn ja wo der hell weg hier wie hat er mich gesehen ja keine augen oder er hört nur er hört nur ich glaube er hört nur aber ich kann nichts machen gerade haben wir ein bisschen abstand okay kohle und so danke aber ich will einfach mal behaupten wir schauen uns mal ein bisschen um das war richtig gruselig und wissen das möchte sein diese regel regel lässt sich nicht öffnet juke spring einfach drüber aber wer ist ja nichts wozu bin ich hier ich kann nicht mehr rüber ich habe angst wegen dem vogel das spiel scheint ein bisschen mehr offener zu sein das heißt ich kann mich ein bisschen frei um bewegen als den sonst anderen spielen herr muss das mädel ist aber weg sagen immer das danger die seite ist kein griff was auf dem kopf ziel auch der schaden wahrscheinlich ich habe mich zum hielen doch habe ich sehr sehr gut one way da bin ich mir aber auch nicht so sicher kumpel vielleicht hätte ich auch nicht verschwenden sollen direkt ich weiß es nicht vielleicht wenn ich den fisch öffnen kann da draußen das könnte sein ich schätze mal ansonsten mache ich die tür auf nein weiß nicht wo ich bin du weißt du hast mich was ist denn da hinten ok renn weg was ist das hier eigentlich da müssen wir irgendwas hinsetzen aber hat heute nicht funktioniert keine ahnung ein weg gibt es noch und zwar hier lag aber noch nicht sind groß exploration game im moment und ich hoffe doch nicht ah ja was ich noch erwähnen wollte weil es irgendwelche vorschläge gehabt für andere horror games ich mal ausprobieren soll oder genere spiele lasst mich auf jeden fall in den kommentaren wissen und dann schaue ich mit dir an und vielleicht schalter na gut solange der da unten ich respawn ist es ok also hier bist du es wo der vogel nämlich ein bisschen an diesen einflug aus garten auf bänden ist schon jetzt eine schlechte holgames mal gespielt hatten ja weil er sich da die anderen teile von spiel das ist wir wissen sagt am besten nein den fähigen schüsse den buchten wir doch irgendwo direkt ne untersuchen ja orange im quadrat perfekt genau das ist der wo muss ich den nutzen hier was hier ja rein da ok geil damit kann ich mich gleich heilen und speichern und buchstabenblock ach den bauen wir da hinten ja der buchstaben da hinten wo diese anderen buchstaben draufstehen was der denn hier ok ok komm 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 her ng d x what newgrounds perfekt und du wir ja hab ich ja wo Hi hi Alter! Ich habe mich nicht mehr vorgeschocken! Ich habe mich gesehen! Shit! Nee, der. Wo würde ich schlagen? ABC? Ich würde zu ABC. Da hinten! Da! Hast du es gehört? Hast du es gehört? Da hinten? Bro, da ist nichts! Bro, da ist nichts! Ja? Ja? Ja, deine Books! Ganz toll! Ganz toll! Ein Block! Wie hat er nichts? Yippie! Ich sehe das jetzt, was ich da in diese Stapel an Z-Sicht da rein tun. Wir haben über andere Buchstaben. Wir kommen über andere Buchstaben raus, das kann man schon vorher sehen. Mal die verschiedenen Damage? Wissen wir interessant zu wissen. Ich bin aber leider gar nicht One-Shot tot, ne? Ich habe den Fisch vergessen. Ich kann aber auch hier lang. Okay. Die Tour. Pils. Gott! Spiel! Der hell! Der hell! WTF? Wo bist du denn? Ich kann nicht mehr davon. Oh nein. Wie viele Leben hat der... Oh ne. Sieben Hütte oder so? Oder getankt, oder? Ach, Spiel. Du bist nicht lustig. Viele von denen sollen noch bitte da sein. Okay, hier oben waren wir noch nicht. Irgendwer singt hier. Au. Okay. Ich weiß wo wir sind. Hey! Schau mal! Eine Brille! Eine Brille? Warum brauchen wir eine Brille? Eine Brille mit den Plastikaugen auf der Rückseite. Okay. Was mache ich jetzt mit dir? Wir sind ganz toll Freunde. Macht immer weiter so. Ich bin ganz stolz auf euch. Kann ich da runter? Ja, kann ich. Ist auch kein Übeltäter? Ne? Oh wow. Alter. Zurück im... Teenager. Alter. Oh, ein Buchstabenblock. Perfekt. Die brauchen wir aus irgendeinem Grund. Die werden ja auch so einzig gespeichert. Ja. Steht immer das gleiche drauf. Hier ist noch... Magazin. Da bräuchte ich doch nicht so sparsam umgehen. Geil. Rrrrrrrrrrrrr.. Supermarrrrr. Hä? Ne jetzt mich... Scheiße, ich war woanders?! Bro, ich war woanders. kumpel kumpel stört jetzt gar keinem zu sterben wirklich nicht und leider fast muss er nicht heilen gehen großer vogel also ich muss natürlich entweder zum exit oder dahin zum fisch was mache ich jetzt warten vielleicht geht der random irgendwo hin wenn du nix hört da waren wir auch noch nicht drin das einzige wo wir noch nicht drin waren er lebt wieder was macht der denn da ok ich gehe zurück und heil mich eben besten spreche ich auch ab glaube ich wo kam ich jetzt exit okay ich erspare ich aus ich glaube wir kommen keine neuen gegner was sechs ich hatte fünf ist das jetzt mehr du wurdest geheilt ok nice und 7 ich kann leider nicht aus wie in welchem slot egal da bin ich wieder dankeschön hat sich gelohnt ok was gab es denn noch für dinger hier war ich noch nicht gesehen morgen habe ich einmal gesehen mal erst mal pilz sind jetzt muss ich ganz offen und herren aber was du erst mal hier durch und ich kann hier durch ok perfekt was bestimmt helfen jetzt ist der vogel hier drin das wäre es jetzt aber es geht so ein bisschen auf eigentlich immer weiter immer weiter immer geht es auf schade geht nicht schade das untersuchen healing ein bisschen spät das können wir auch machen bc die und mani dafür bin ich immer da noch ein buchstaben blog damit wie viele 123 was noch weitere ok hier brauchen wir noch drei weitere blöcke du 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 wir können so viel warum auch immer nein ich hab dazu gar nichts ich hab dazu gar nichts nein ich hab mich hier nicht und das ist jetzt teurer 5 5 5 am selben ort zu speichern wird dann teurer oder wie oder warum schon das sechs doch keine ahnung was soll es nicht hier ist ja gar nichts ach oder ist das wie so ein inventar so verlängert ist also eine safe box weil sie zu viele items habe das kann sein ich habe ich mir dafür zu viel item weil ich zu krass bin zu viel aushalte ist eine banane das ist nur safe point hier ok das sind und safe point ok verstehe verstehe ja habe jetzt sowieso einen anderen benutzt was soll's ok immer wieder raus hoffen dass der vogel nicht da ist gesagt niemand sieht mich außer er hat nur vieles gebraucht diesmal das ist variiert scheinbar block block perfekt luigi ne war luigi ok in namen kurz kurz zeichen ist der vogel nicht da ich renne ich mach durch weg 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 ich renne schneller wenn ich geradeaus renne onion habe ich gesagt kommt ab bitte sonst muss auch das maur hauen vom designer aus ein bisschen wie so ein pickman boss oder da habe ich erspare ich das ist aber nur lange warten nicht durch oder da kommt ihr durch ok wo ist ja hin ich getötet kann sein weiter hat doch noch hier ist egal ich muss hier hoch und das war nicht übrig hier ist was offen ok perfekt noch mehr moni das ist eine wirklich sehr viel moni dadurch das wird auch machen jetzt fehlt uns noch was fehlt uns noch wir waren nämlich noch ein türchen oder hier war ich nicht irgendwo noch ein türchen aus gleich schienen dass man mehr ja dann komme ich dann momenten klar so eine tür oder da war ich noch gar nicht okay wir kriegen dafür healing noch platz im inventar das geht so so später ein bisschen respektive spielen und dann wir sind die simulatoren spielen so nehmt was ich meine okay komm ich jetzt rein perfekt sorry man ich wollte nicht an die privation klauen du machst du oder bist du tot das war's für mich ist es okay wenn ich erleb noch erlebt noch ich weiß nicht habe ich das spiel erst im kabel jumpscares aber doch nicht da ist ein falscher lang für die aus die das wasser geht aber runter wirklich abtrocknen wenn das nicht lassen ok ok perfekte was alles gesammelt wir haben jetzt ein zwei drei vier fünf blöcke einer fehlt uns noch glaube ich die pizza scheibe okay warte mal ich glaube hier ich habe gedacht hier wärmt ja schon gewesen aber wir waren noch nicht wir können auch hier lang hier waren wir noch nicht da und jetzt der letzte block okay perfekt nein ich habe alle blöcke können das rätsel lösen klebeband perfekt kann ich diesen typen das maul stopfen aber ich würde sagen kleban benutzen wir nur für die leute die hat hier mittendrin im gang sind weil das ist dann super nervig also jeder einzig geht dann lohnt sich glaube ich das kraft ist wirklich nur für die leute die am meisten sie ist oder begegnet immer besiegen ist oder so ne ja wird er gern runter ich darf es war hier noch mal drin damit jetzt den ganzen weg wieder zurück klatschen es können an den jeweils weg blablabla blablabla ich muss den vogel weg locken der muss sterben oder ok du unterhalts und ich mach weiter ist so easy hier Nein! 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 Ah! Neibar! Nachbarn! Brief! Ja, wir sollten ihn vielleicht irgendwo lesen wo es sicher ist. Hier ist es sicher. Erstmal. okay das hat man schon auch nicht hier ist das ein item momentan tatsache der brief untersuchen ein brief der aus der buchstaben maschine kam ja das habe ich gemerkt ich kann mir den ich wollte es bewegen das menü schnell raus ist bewegen ja sorry das ist aus dem nutzt das war jetzt bisschen dumm keine ahnung egal man muss erst mal darauf trägen keine ahnung warum das ist ein bisschen kompliziert was haben wir jetzt aus jetzt genommen wir haben jetzt ein brief aber wofür brauche da jetzt durch die ausführung schlüssel mann zur tür wo ich einen brief verbraucher wird hier da komme ich nicht rein jetzt nicht wichtig ich habe mich bei beiden nicht durch hier war noch nicht das ist echt kompliziert für mich okay ich überlege mal kurz rote ja okay das musste ich nachschauen ja brief kommt natürlich hier rein okay was war mit der kurve wo kommen wir dahin gab es so wie ein aufzug auf eine wettergegärbte kurve sie aus wäre sie im freien benutzt worden stage 2 ok gibt mir hinweist stage 2 wir sind gerade etage 2 ne stage 4 ist hier wo ist stage 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 keine ahnung wie ich das übersehen habe der ersten folge am anfang aber ihr seht ja schon die neon lichter da geht es weiter ich habe schon gedacht ich hätte gesagt ich gehe erst mal nach draußen und mich hier noch mal um ob ich jetzt mit der kurve was aufdrehen kann zwischen da drüben oder so ab wo da drüben lass mich mal sehen ja aber ich wollte trotzdem noch mal sicher gehen und habe noch mal nachgeschaut ich versuche es auf mir zu halten also keine sorge ich lasse mich jetzt nicht übel spoilern oder so ich werde nur sicher gehen dass mir keine zeit verschwende das ist nachvollziehbar hier kommen wir immer noch nicht lang glaube ich aber hier steht da jetzt time ach so ist time to fix was fixen wir denn so ricky and france ja viele ricky and france booster ich dachte ich gerade werde bis so und so am hocken was sagt er secret entrance hier oder was Ah, weil die Mamugi da so drehen. Hier geht's. Was ist denn jetzt? Well, keine Gangpack-up-that-way. Backstage? Hi, ABC, 1, 2, 3... Ich hab die nicht mehr geschlagen, die ist einfach so umgekippt. Wow. Ray? Oh, wird der Wurm jetzt wieder mit uns reden? Ja, die Socke redet wieder mit uns. Ricky, bist du's? Oder bist du's nicht? Oh, dear, oh, my. You seem to be stranded in the basement. How do I get out of here, Ricky? Oh, having a clue. Never come down here myself. Why? What's got your overalls in a knot? I'm trying to get to the roof. The roof? What's so interesting about the roof? Down here is much more intriguingly musty. Unrelated. How do you feel about Blood Force Head Trauma? What is it this time? Well, Ray, of course. He's the best sort of monster janitor thing. But he's a little obsessed with, uh, organic maintenance. Tends to pop out of pipes and clobber people with his wrench. We do all? Great. Are all of you puppets crazy? Well, Ray has always been a little grouchy, even before the shutdown. That's why they moved him down here. Only way out is by elevator, and he can't figure out how to use the buttons. Elevator? Got it. Oh, silly me. I forgot about the elevators. Really, Gordon? I wouldn't bother. The cables are probably rusted. I don't think they even run anymore. I'll take my chances. Yeah. Wow, you're so courageous and stuff. Look, I gotta go. Wash my hair. Yeah. Creative hair. Wow. I use my hair. Stupid puppets. Stupid puppets. Yeah, stupid puppets, but really. I'll take you off. I'll take you off. I'll take you off. I'll take you off. I don't know. These are so weird. These puppets. God. Okay. Um. Ah. Toll, hier geht's gar nicht mal lang. Was soll der Blödsinn? Okay. Kann ich irgendwo speichern? Oder mich heilen oder so? Hier kann ich rein. Hier bin ich? Außenbereich. Yellow? Wario. Wird geladen. Oh. Wird geladen. Freunde, ich würd sagen, den Spaß geben wir uns dann in der nächsten Folge. Was zur Hölle geht ja. Ich hoffe, es macht Spaß euch, wie beim Zwang hinzu zu schauen. Oh mein Gott. Was hat's mit dir gemacht, Kollege? Oh oh. Hotpipes. Oh Gott. Da geht's dann nächstes Mal richtig zu, glaube ich. Ähm. Ja. Ich hab richtig fertig bisher. Ich geh kurz meine Unterhose wechseln. Wir, wir sehen uns. Ja. Ich hab richtig fertig bisher. Ich geh kurz meine Unterhose wechseln. Wir, wir sehen uns. Ja. Wir sehen uns dann bei diesemатели. Ja.